F87 Hallo mein Trainer, für alle Kühls. Eigentlich hätte ich heute auf dem F87 gesessen. Was? Eigentlich hätte ich heute auf dem F87 gesessen. Auf dem F87. Ja. Wer am Einkommen ist, aber der ist. Oh, das war scheiße. Ja, also er hat nicht... ...und wir gehen, dass ich selbst okay fahre. Er hat jetzt Hermann fast ausgesetzt. Ja, 22 Uhr oder 14. Oder 16 Uhr. Da hat der Mainzug mit meinem Trainer auch. Ja. Der schöne Bombenzug. Was? Der schöne Bombenzug. Ja, naja. Nur darf ich ihn leider nicht haben. Oh. Ah. Das ist ja... Aber ich hab vielleicht Feierabend. Aber jemand hat gesagt, dass... ...jemand, dass er jeden Tag irgendwie... ...langfern soll. Ja, er sagt wegen Wechsel und so. Und das ist wegen Wechsel? Keine Ahnung. Da hat ja jemand so geschrieben wegen Wechsel. Okay. Kann ich mir zwei jetzt eigentlich nicht vorstellen. Weil der ist ja mal so hin und wieder mal da. Wisst ihr? Mhm. Du hättest einen F87 bekommen. Weil der mit den Klinken... Achso. 2826. Du wolltest 2828. Äh, das ist die elektrische, äh... ...bremse, damit der... ...angebremst bleibt. Damit ich auch aufstehen kann. Wisst ihr? Mhm. Also wenn du E und T drückst da? Heißt einsteigen, ne? Oder Zug nach. Einsteigen nach. Zurück bleiben. Okay. Kann ich mal drücken? Also einsteigen? Ja. Kannst du machen. Drück da auf. Aber das stellst du auch nicht auf. Mhm. Da sind hier auch noch Sachen, die... ...so halt nicht unbedingt... ...der Internet sei gerade jetzt, wo Corona ist. Ja. Auch wenn das jetzt halt ein bisschen abgeflacht ist. So, eine Minute noch. Dann fahren wir mal wieder. Ja. Hehehe. Oh, ne lebt sich wieder an. Urlaub. Ja, ja. Ich gucke, im Urlaub auch rüber. Gehe und es könnte noch nicht. Ach, nicht brauchen wir welche. Ganz sicher auch im Urlaub. Aber nicht gleich am ersten Tag. Mhm. Boah, ich frage mich jetzt gleich auf den Rücken. Hat der nun da einen Urlaub offen irgendwo? Der ist richtig lecker, der ist richtig lecker, weil... Du musst unbedingt die Knoblauchsoße essen. Nimmst du den Döner oder nimmst du den Dünen? Ja, die Dünen ist erstens so ein Teil und so fett. Also ich würde dir, wesentlich eher einen normalen Döner empfehlen. Mhm. Ja, den Weg machen. So, zurückbleiben. Zurückbleiben, ihr Schatz. Entschuldigung. Hasse. Ja, komm hier. Und dann schnell nach hinten rennen. Ja. Schuss. Eineéntige Majung. Die Hochschule Tee. Nee! Und du Kon $2,3 queh war. Und dann geht es? Und du Kon $5,3. Und dann geht es durch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR